Hey, Willkommen zum siebten Teil von Dead or Alive 5. Und wie jedes Mal natürlich, dass das aber auch wirklich nie gespeichert wird. So, weiter geht's. Merkwürdiges Training, klingt ja schon mal sehr spannend. So, weiter geht's. Säge! Ja! Ohne ist gejält! Das ist es! Nichts, Hitomi! Man plat. Na 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 na. Oh, darf ich jetzt mit 2 gegen allen? Charakter spazierisch angekommen. Okay. Na, jetzt kann ich wieder nichts machen. Was soll das? Wieso kann ich nichts machen? Na komm, jetzt schaff ich den. Oh, das schaff ich doch nicht. Oh. Okay. Ich hab' den. Ich hab' den. Ja, ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich kann es nicht so machen. Es geht um zu練習! Ich kann nichts machen. Ja komm, weiter. Okay, das war einer von zweien, toll. Schon wieder einige Tage später. Okay, weiter. Ja. Geht aber schnell. Na gut. Oh ja. Das wir in den Gegenangriffen habe ich schon kapiert irgendwie jetzt. Oh ja. Genau in der Bahn. Oder auch nicht. Schade, habe ich mich jetzt schon so auf den Kampf gefreut. Okay dann haben wir schon mal einen neuen Titel. Und das nächste Kapitel. Schon beim Turnier. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist schon wieder etwas schwerer. Oh ja. 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 Das ist ja noch mehr, das wird nichts. Das ist ja noch mehr, das ist ja noch mehr. Ah ja, das kennen wir ja schon, immer gerade so. Das ist ja noch mehr, das ist ja noch mehr. Du bist so stark, oder? Hey, Hayate, ich habe mein Körper geblieben, ich werde mit dem Worming-Up zusammenarbeiten. Ja? Komm her! Ja, klar! Du bist auch der Hayaate. Ja? Hytomi, geh zurück. Hayaate, du auch. Okay, dann war's das schon wieder mit diesem Kapitel wahrscheinlich, ja, okay, dann waren das wieder die zwei für dieses Mal, dann bis zum nächsten Mal.